Hi Leute, willkommen zu einer Runde Mop Arena auf GamesMC. Ich werde jetzt einfach mit ganz vielen Leuten und meinem verletzten Zeigefinger Mop Arena stehen. Ja, jetzt machen wir es. Ich werde versuchen einigermaßen gut zu kommentieren, was ich bestimmt ja nicht schaffe, nicht. Meine Fresse, komm ich mal raus. Fuck ab. Ich steck Leaf Toast hier raus. Oh, das hatte ich auch gekriegt. Ja, ja, hi, 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 hi. Gut, nein. Oh Gott, mein Sturm. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. ich möchte das wieder auf den spinner einfach eins dann ganz ehrlich wenn wir bis zum bus kommen dann ja das bläst du bist das ist das war ein creeper geklaut naja gut, kann sich auch loben, packst du dich auch an alter was wollen wir? alles klar, wir können sich jemanden trank creeper, also ob ich nicht wieder wo ist der noch mal weg? wo ist der noch mal weg? das ist klar, wir sind noch mal weg Gott, bin dumm oah, fang, nehm ich, oah und dann kommt er dann auf du warum ist er überhaupt diese Lava, die nervt blöck, 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 blöck. ja, ist er nur ich will mal kennen ich habe mich immer zu sich die pp Bitte, danke. Okay, gut. Ich werde mal hier einen Cut setzen und dann noch eine weitere Runde spielen. Ähm, okay. Okay. Was geht jetzt ab? Wer steht das? Gleich Mitte. Okay. Muss ich nicht verstehen, oder? Okay. 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 ok dann bedanke ich mich fürs zusehen hier neben mir neben mir könnt ihr noch auf neben mir könnte noch mein kanal abonnieren und auf der anderen seite ist dann ein video was auf euch zugeschnitten sein soll mal schauen ob es das auch ist